ETFs eignen sich hervorragend für die langfristige Geldanlage und deshalb sind sie auch so beliebt zur Altersvorsorge. Die Frage, die dann im Alter aber auftaucht, lautet, wie entnehme ich sinnvoll das Kapital, um einen angenehmen Lebensabend zu finanzieren? Mit einem Auszahlplan kann eine renditestarke Geldanlage mit einer regelmäßigen Auszahlung kombiniert werden. In diesem Video zeigen wir dir, worauf du bei deinem Entnahmeplan achten solltest, welche Risiken und Probleme entstehen könnten und wie du sie vermeidest. Außerdem lernst du zwei Entnahmestrategien kennen. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn du neu hier bist, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Was ist also ein Entnahmeplan bzw. Auszahlplan? Der Name sagt es im Grunde schon. Nachdem du über mehrere Jahre dein Geld in Wertpapiere investiert hast, beginnst du im Rentenalter mit der Auszahlung. Die monatlichen Auszahlungen ergänzen dann deine Rente oder, wenn du schon vorher mit der Entnahme startest, dein reguläres Einkommen. Wie hoch die Beträge sein sollten, die du entnimmst, das zeigen wir dir später im Video. Viele Broker bieten eine Funktion für die automatische Auszahlung, mit der du den Entnahmeplan genauso einfach einrichten kannst wie einen Dauerauftrag. Dabei erteilst du der Bank, den Auftrag monatlich für einen bestimmten Betrag Wertpapiere zu verkaufen und den Erlös auf dein Konto zu überweisen. Einige Broker bieten keine automatisierte Auszahlung. In dem Fall musst du die Anteilsverkäufe selbst vornehmen. Auch hier solltest du deinen vorab festgelegten Plan diszipliniert folgen. Kommen wir also zu den Problemen und Risiken der Kapitalentnahme. Die Rente mit dem eigenen Sparvermögen aufzustocken, das hört sich eigentlich ganz einfach an. Man muss das Kapital nur Rendite stark anlegen und anschließend einen Teil davon regelmäßig an sich selbst auszahlen. Wenn du einen Auszahlplan aber zum Aufstocken deiner Rente oder deines Einkommens verwenden möchtest, stellt sich die Frage, wie viel Kapital entnommen werden kann und sollte. Folgende Risiken bzw. Probleme bestehen nämlich, wenn der Betrag zu hoch oder zu gering ist. 1. Das Pleiterisiko Hier besteht das naheliegendste Problem. Wenn du zu viel Kapital entnimmst, ist es möglicherweise im höheren Lebensalter aufgebraucht. Dem Pleiterisiko kannst du mit einer konservativen Entnahmestrategie entgegenwirken. Laut Studien ist die 4%-Regel eine praktikable Lösung dafür. Wie die 4%-Regel funktioniert, erklären wir dir später im Video. 2. Konsumverzichtrisiko Bist du hingegen zu konservativ mit deiner Auszahlungsstrategie, besteht das Risiko, dass du wesentlich weniger aus deinem Portfolio entnimmst, als du es könntest. Du verzichtest im Alter auf Lebensqualität. Auch hier hilft dir die 4%-Regel oder das Abschöpfen der jährlichen Gewinne, ohne das eingezahlte Kapital anzurühren. In letzterem Fall müsstest du deinen Auszahlungsplan jährlich anpassen und hättest den Nachteil, dass du ein schwankendes Einkommen hättest. 3. Risiko zu geringer Renditen Bei jeder Geldanlage gilt das Prinzip des magischen Dreiecks, bei dem es sich um die drei Faktoren Sicherheit, Liquidität und Rentabilität dreht. Ist die Rendite zu gering, resultiert das in niedrigen Erträgen und Auszahlraten. Risikoreiche Anlagen sorgen für starke Schwankungen bei Sparvermögen und Auszahlraten. Am besten investierst du in verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, Anleihen und Immobilien. Das geht ganz einfach und kostengünstig mit ETFs. So kannst du die Schwankungen deutlich reduzieren. Kommen wir zu einem Beispiel, was Renditen bei langfristigen Sparraten für einen großen Unterschied machen können. Laut dem Deutschen Aktieninstitut, das jährlich das DAX-Rendite-Dreieck veröffentlicht, beträgt die durchschnittliche Rendite bei einem breiten Investment in den DAX über einen Zeitraum von 30 Jahren 8,9% effektiven Jahreszins. Selbst im schlechtesten 30-Jahre-Intervall waren es noch 6,8% und das trotz immer wiederkehrender Börsencrashs. Festgeld bei einer Bank aus Deutschland hingegen bietet laut Festgeldvergleichen bei langen Laufzeiten derzeit maximal 0,77% effektiven Jahreszins. Vergleichen wir also einmal die beiden Geldanlagen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Wenn man 200 Euro monatlich über 30 Jahre in breit gestreute ETFs anlegt und von einer jährlichen Rendite von vorsichtigen 6% ausgeht, dann beträgt das Vermögen daraus am Ende der Laufzeit 195.906,19 Euro. Dieselben 200 Euro, ebenfalls über 30 Jahre angelegt, entsprechen für Festgeld mit einer Verzinsung von 0,77% einem Endkapital von 80.984,16 Euro. Ein Unterschied von 114.922,03 Euro. Die Einzahlungen betragen übrigens nur 72.000 Euro, mit ETFs wären dein Geld deutlich mehr als verdoppelt. Dir gefällt das Video? Dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Welche Entnahmestrategien gibt es? Grundsätzlich gibt es zwei Auszahlstrategien, die mit und die ohne Kapitalverzehr. Mitkapitalverzehr Bei einem Entnahmeplan mit Kapitalverzehr lässt man sich neben den laufenden Erträgen, zum Beispiel Dividenden, einen Teil des investierten Kapitals auszahlen. Neben der Rendite benötigst du hier auch die Entnahmedauer, um den monatlichen Entnahmebetrag zu errechnen. Der Vorteil liegt hier im deutlich erhöhten Auszahlungsbetrag. Der Nachteil ist, dass zum Ende der errechneten Entnahmedauer das Kapital aufgebraucht ist. Ohne Kapitalverzehr Bei einem Entnahmeplan ohne Kapitalverzehr werden nur die jährlichen Erträge des Anlagekapitals ausgezahlt. Dein Vermögen bleibt also bestehen. Der Auszahlplan ohne Kapitalverzehr wird daher auch als ewige Rente bezeichnet. Der Nachteil ist, dass die Entnahme nicht so hoch ausfällt. Kommen wir zu der wichtigsten Frage, wenn es um den Auszahlplan deines ETF-Portfolios geht. Wie viel Geld solltest du aus deinem Sparvermögen entnehmen? Um den idealen Auszahlungsbetrag zu errechnen, ist die 4%-Regel eine geeignete Möglichkeit. Im Rahmen einer Studie der Trinity University in Texas wurde berechnet, wie viel Kapital man jährlich von einem Vermögen entnehmen kann, ohne das gesamte Vermögen zu verbrauchen. Dabei wurde ein fiktives Wertpapierportfolio, das je zur Hälfte aus Aktien und Anleihen bestand, über verschiedene 30-Jahre-Zeiträume untersucht. Das Ergebnis, wenn jährlich nicht mehr als 4% des Vermögens entnommen wurde, war am Ende jeder 30-Jahre-Periode noch Geld übrig. Wie viel Geld solltest du ansparen? Wenn du mit der 4%-Regel berechnen kannst, wie viel Geld du in deinem Auszahlplan entnehmen kannst, dann kann sie dir auch dabei helfen, deinen Kapitalbedarf zu ermitteln. Dafür bestimmst du zunächst, wie viel Geld du monatlich entnehmen möchtest. Zum Beispiel 1.000 Euro, also jährlich 12.000 Euro. Mit dem Dreisatz ergibt das 12.000 Euro mal 100 durch 4 gleich 300.000 Euro. Mit einem Vermögen von 300.000 Euro kannst du also nach der 4%-Regel mit einer hohen Sicherheit 30 Jahre lang monatlich 1.000 Euro entnehmen. Was kostet ein Entnahmeplan? Im Gegensatz zu Tagesgeld oder anderen Termingeldern fallen beim Verkauf von ETF-Anteilen Kosten an. Dies gilt sowohl für einen Auszahlplan, den der Broker automatisch ausführt, als auch für Verkäufe, die du selbst regelmäßig vornimmst. Die Kosten variieren dabei stark, zwischen 1 Euro und 12,50 Euro bei der Entnahme von 500 Euro monatlich. Da sich Konditionen im Laufe der Zeit ändern können, möchten wir dir an dieser Stelle keine Empfehlung aufgrund der aktuellen Kosten für einen Entnahmeplan geben. Dir hat das Video zum Thema Entnahmepläne für ETFs im Alter gefallen? Dann gib ihm doch einen Daumen hoch. Wenn du noch Fragen zum Thema ETF oder einen Videowunsch hast, dann schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten jeden Kommentar schnellstmöglich. Weitere Videos zum Thema ETF findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, verpasst du kein neues Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!